Hori Doho und Weidmannsheil und herzlich willkommen zu unserer neuesten Auslösungsepisode. Wie man an meinem Outfit vielleicht schon erkennen kann, bin ich als Treiber auf einer Drückjagd und zwar um eine ganz besondere Sauenschutzjacke auszuprobieren. Und zwar dieses gute Stück hier von PSS. Das ist die Sauenschutzjacke Xtreme. Man sieht sie hat noch keine Party-Nase wie meine andere Treiberjacke. Und wir werden jetzt heute einfach mal gucken, wie sie sich im Treiben so schlägt, was es jetzt macht hier mit Schwarzdorn und wie sich diese Jacke überhaupt schlägt, auch was Reißverschlüsse, Nähte und so weiter angeht. In diesem Sinne, los geht's! So, aber bevor wir jetzt aufbrechen, neben mir Michael Lauer, der heutige Treiberführer. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, haben ein paar Drückjagden schon zusammen durchgestanden. Das ein oder andere Erlebnis gehabt, ja. Ganz genau, ja. So, Michael, wie du siehst, fungelnagelneue Jacke, noch ohne Partina. Das wird nachher anders aussehen, ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn die Kennzeichen von einer richtig guten Durchgehe- oder beziehungsweise Treiberjacke? Das Wichtigste ist, dass sie robust ist, das heißt, dass Schwarzdorn und Brombein eben nicht durchgehen und dass sie dicht ist. Flüssigkeit oder Wasser am Körper führt zur Auskühlung, brauchen wir nicht bei der Yacht und es muss halt den Schweiß im Idealfall abtransportieren, aber dafür ist die Unterknallung zuständig. Wir schauen uns nachher mal alles an, wie sie sich gemacht hat. Gut, das machen wir. Gut, und los geht's jetzt. So, jetzt stellen wir uns auf und dann geht's hier ab durch den Wald. So, erste Härteprüfung, Schwarzdorn und erste Bewährungsprobe für die Jacke. Oh Mann ey, so. Erste Runde geschafft. Neuaufstellung am Weg und bis jetzt muss ich jetzt sagen, die Jacke ist dicht und hält auf jeden Fall auch die Dorn fern. Also bis jetzt zufrieden. So, wie immer hier sieht man auch, wo es wichtig ist, durch den Schwarzen und durch zu gehen. So, und das ist jetzt noch der Weg, den wir zu gehen haben. Man sieht es vielleicht auch hier gerade sehr schön an den Tröpfchen. Also wasserabweisend ist auf alle Fälle. Trocken bin ich auch. Und weiter geht's. Wie gesagt, hier super Verhältnisse. Sumpf und Schwarzdorn, was gibt's schöneres. Aber die ersten Schüsse sind schon gefallen, das ist schon mal gut. So, Treiben ist rum. Ihr seht, die erste Patina hat die Jacke angesetzt. Ich kann auf jeden Fall schon mal beurteilen, sie ist auf jeden Fall trocken und rissfest. Aber ich werfe jetzt noch mal einen genaueren Blick auf die gesamte Verarbeitung, weil ich will jetzt auch raus aus der Klamotte. So, leicht umgezogen. Ein warmes Getränk noch genossen, um die Knochen etwas aufzuwärmen. Aber das lässt mir natürlich jetzt auch Zeit, ein Fazit zu ziehen zu dieser PSS Xtreme Schutzjacke. Sie hat gehalten, das ist natürlich das Allerwichtigste. Sie ist wirklich sehr robust, hat auch eine sehr angenehme Passform. Ich habe sie natürlich eine Nummer größer genommen, damit ich unten drunter noch ein bisschen mit dem Zwiebellook gegen die Kälte arbeiten kann. Die Verarbeitung ist wirklich top. Also, es haben alle Nähte wirklich auch gehalten. Es gibt keine Risse. Es ist alles trocken geblieben, auch innen drin. Man sieht es ja auch hier an dem Gewebe. Was natürlich dafür da ist, ist natürlich auch Hitze abzutransportieren. Finde ich deswegen auch halt sehr schön, dass man halt hier hinten diesen quasi diesen Überwurf hat mit dieser großen Fläche, wo dann die Wärme nach oben abgegeben wird. Und sehr schön ist natürlich auch, dass es weit überlappend ist, dass man auch keine Angst haben muss, dass man trotzdem nass wird. Wie gesagt, wir haben auch sehr sehr viele Taschen hier, also ihr könnt auch viel von eurer Ausrüstung mitnehmen. Hier vorne, eigentlich eher glaube ich prädestiniert für ein Walkie Talkie, hatte ich mein Handy drin. Das finde ich auch eine tolle Lösung. Man hat hier einen normalen Klettverschluss und noch eine Schließe, dass alles sicher ist. Dazu dann hier die große Tasche und hier noch eine große Tasche. Das war dann aber mein Fehler. Ich hatte hier eine Karte eingesteckt. Ich hätte vorher vielleicht eine Klarsichtfolie packen sollen. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, weil hier kam dann doch Flüssigkeit rein und ist dann oben etwas aufgeweicht. Aber das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, hier unten habt ihr noch Taschen. Hier auf dem Rücken habt ihr noch eine große Tasche. Da hatte ich jetzt so ein kleines Erste-Hilfe-Package drin, weil wer weiß, was alles passieren kann. Nun gut, man kann noch dazu sagen, sie hat jetzt ihre erste Patina abbekommen, das gute Stück. Interessant fand ich, das habe ich eben auch erst beim Ausziehen gesehen, dass ich auch auf allen Vieren durch den Schwarzdornkabeln auch noch hier noch was abbekommen habe. Weil es ist nun mal leider so, wenn ihr Sauen hoch machen wollt, es bringt nichts, um den Schwarzdorn rumzugehen. Da muss man dann schon durchgehen, weil ansonsten kriegt ihr sie nicht hoch. Und für diejenigen, die es interessiert, also wir hatten dann am Ende vier Sauen auf der Strecke liegen, ein bisschen Rehwild und ein bisschen Raubwild. Was natürlich aber auch dann dazu geführt hat, dass ich nicht prüfen konnte, wie gesagt, durchstoßgeprüft, ob sie wirklich durchstoßfest ist. Wobei, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil die Dorn hat sie auf alle Fälle abgehalten. Gut, wie gesagt, was Material, Verarbeitung und Haptik und die ganzen Sachen angeht, bin ich wirklich sehr zufrieden. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, die immer wieder mal kritisiert wird. Ja, kostet 400 Euro, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich auch eine Jacke, die Jahre hält. Also eigentlich auch von der Robustheit her und die einfach dann auch entsprechende Sicherheit bietet, wenn es halt darauf ankommt. Weil, sagen wir es wie es ist, wenn es mal zu einer Situation kommt, wo man denken würde, ach, hätte ich doch bloß so eine Jacke anstatt eine andere, dann ist es in der Regel eigentlich zu spät. Und quasi allein schon hier diese kleinen Lösungen, dass die Hände hier durchgehen, auch hier ist wieder dieses durchlässige Material, also an der PSS Extreme Saunenjacke, Saunenschutzjacke. Also ich habe da nichts aufzusetzen, muss ganz ehrlich sagen, beide Daumen hoch. Wobei es ist natürlich dann auch eher was für Hundeführer, also die dann eher mal an ein wehrhaftes Stück kommen als so der Durchschnittstreiber. Aber ich kann es, wie gesagt, nur noch mal betonen, also man kann sich auf diese Jacke wirklich verlassen. Und ich freue mich drauf, sie noch bei diversen Treiben tragen zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Weidmannsheil und bis zum nächsten Mal. Ah, ha, ha, ha.